Okay, Part 4 von Episode 24. Und ja, wir haben die Hausaufgaben nicht wiedergefunden, weil ihr uns einmal die geklaut habt. Und jetzt müssen wir die Folgen dafür tragen. Yay. Danke, du Schlampe. Ich will keine Entschuldigung mehr hören. Du wirst nach dem Unterricht nachsitzen. Komm noch eine Stunde zu mir, damit ich dir erklären kann, was du tun sollst. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu schweigen. Das ist so ungerecht. Ich frage mich, wo bloß die Hausaufgabenblätter stecken. Nach dem Unterricht kam ein Verschüler zu mir, um ihn Mut zu machen. Keine Sorge, Kleine. Es wird sicher nur halb so schlimm. Halt die Ohren steif. Danke, Kim. Die Zeit geht bestimmt schnell vorbei. Versuch, an etwas Schönes zu denken. Das mache ich auch mal, wenn ich gestresst bin. Ja, es ist nicht so schlimm. Mach dir keine Sorgen, Viola. Versuch doch nochmal, ihm zu erklären, dass du deine Hausaufgaben verloren hast. Vielleicht hat er Verständnis dafür. Ja, das hatte ich auch vor. Mr. Fares hat in der Sache eindeutig ein bisschen übertrieben. Wir könnten versuchen, mit ihm zu sprechen, wenn du möchtest. Das ist lieb von euch, aber keine Sorge, ich werde schon klarkommen. Ich bin auf Mr. Fares zugegangen. Also, ich möchte, dass du in der Stunde, die du nachsitzt, den Bioraum sauber machst. Die Schüler haben dort ein riesiges Chaos hinterlassen. Danach kannst du gehen. Ähm, ja, in Ordnung. Aber, Mr. Fares, was die Hausaufgabe angeht, versichere ich ihnen, dass ich einfach... Ich weiß nicht, wo ich sie hingetan habe. Das ist wirklich schade. Aber ich kann leider nichts an der Strafe ändern. Sonst denken die anderen Schüler, sie könnten in meinem Unterricht einfach nichts tun. Ich verstehe. Du solltest dich jetzt lieber beeilen, wenn du nicht allzu lange bleiben möchtest. Ja, ich fange gleich an. Wann ich... Wann wollen wir uns mit Nathaniel treffen? Ich hab dir doch gesagt, du sollst aufpassen. Aber du bist nicht... Aber du bist in die Falle gegangen, wie immer. Wovon redest du... Hey, das sind meine Hausaufgaben, die du in der Hand hältst. Oh, schnell, Checker. Schon möglich. Du hast es geschafft, meinen Spind zu öffnen? Du hast vergessen, ihn abzuschließen, als sie ihn ihr kleines Theaterstück abgezogen hat. Ich hätte ahnen müssen, dass es eine Falle war. Es war auch so offensichtlich. Du hast offensichtlich nicht mal gemerkt, dass dein Spind offenbar als du zurückgekommen bist. Ich hatte es im Moment so eilig, dass ich nicht darauf geachtet habe. Okay, gib mir die Aufgaben jetzt wieder. Dann kann ich sie immer noch meinem Safaris abgeben. Bist du sicher? In dem Zustand? Was meinst du damit? Bevor ich nur auch das geringste unternehmen konnte, hatte Amber die Blätter zerrissen. Verstehst du jetzt, was ich meine? Du bist doch echt krank! Sie hat mich einfach nur angelächelt und Konfetti aus meinen Blättern gemacht. Hier, du kannst die Aufgaben abgeben, wenn du so gerne möchtest. Aber ich bin nicht so sicher, ob Mr. Fares dir dafür eine akzeptable Note geben wird. Du bist wirklich die Schlimmste. Was ich getan habe, ist gar nichts dagegen, was du mir eingetan hast. Sei froh, dass ich nicht noch weitergehe. Sie ist weggegangen, bevor ich die Kraft hatte, ihr zu antworten. Das ist echt lächerlich. Da muss ich jetzt für den Bio-Raum putzen gehen. Ja, okay. Den weiß ich wenig, wo ich ihn vorfinde. Aha, da ist ja jemand. Oh, Nataniel, was machst du denn hier? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir beide waren nach dem Unterricht verabredet. Shit, das war heute. Verabredet? Wir wollten noch in die Tierhandlung gehen. Ich will nicht, dass du wegen meinem Nachsitzen warten musst. Also geh ruhig schon. Oh nein, ich hab mit dem blöden Nachsitzen alles verdorben. Mist, was machen wir jetzt? Ich muss den Bio-Raum sauber machen. Es klingt alles irgendwie plausibel. Ich will nicht, dass du wegen meinem Nachsitzen warten musst. Also geh ruhig schon. Hm. Oh nein, ich hab mit dem blöden Nachsitzen alles verdorben. B? Ich find... Mir gefällt B irgendwie. Yay! Ich muss sowieso noch ein bisschen Papierkram in der Schulervertretung erledigen. Wenn du möchtest, hole ich dich dann nachher ab. Oh, ähm, gerne, das ist nett von dir. Bis gleich und halt die Ohren stark. Hier gibt es wirklich einiges zu putzen. Ich fang lieber gleich an. Das habe ich gerade gesehen. Okay, ich darf es nicht aufgeben. Es ging nur... Es geht gut voran, aber es ist auch noch einiges zu tun. Da war bloß dieses eine Dinge. Man kommt gar nicht an den alten Müll ran. Manchmal ist er gut versteckt. Was ist das denn hier? Wirklich ganz schön dreckig hier. Je mehr ich mich beeile, desto mehr kann ich... Äh, desto eher kann ich gehen. Ah. Ich bin froh, wenn ich endlich fertig bin. Hm, jetzt habe ich es mal nicht gesehen. Ah. Ich glaube, jetzt ist alles sauber. Ich kann jetzt gehen. Ähm, trifft Nathaniel und verlass die Schule. Ich habe beim Hinausgehen alles in den Müll geworfen. Bist du fertig? Ja, endlich. Super, dann können wir... Nanashi? Amen, was machst du denn noch hier in der Schule? Ich habe auf dich gewartet, damit du nicht alleine nach Hause gehen musst. Aber da hatte wohl jemand dieselbe Idee wie ich. Oh. Du musst nicht mitkommen, Nanashi, wie du entscheidest. What? Und darf ich fragen, was ihr vorhabt? Das geht euch nichts an. Also, das schließen wir schon mal aus. Es geht nur... Es ist nur eine Unternehmung. Unter Freuden. Oh, nee. Nichts Besonderes. Wir wollten bloß ein bisschen Zeit miteinander verbringen, um uns zu versöhnen. Das klingt alles recht scheiße. Nichts Besonderes. Wir wollten bloß ein bisschen Zeit miteinander verbringen, um uns zu versöhnen. Wir sind schon versöhnt. Ich glaube, ich sage das mit den Freunden. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, das ist schlecht. Aber ich nehme das jetzt. Ich weiß gerade auch nicht, bei wem ich landen würde, um ehrlich zu sein. Das ist doch... Das ist ganz so verfröhend. Okay, nichts. Und warum betonst du das unter Freunden so? Ähm, also weil... Ich finde nicht, dass du denkst, das... Hör sofort auf. Ich denke überhaupt nichts. Du kannst machen, was du willst. Er ist mit ihm weggegangen. Nein, nein. Gut, nachdem das Theater beendet ist, können wir ja endlich gehen. Vielleicht endlich gehen. Hey, du bist irgendwie gemeiner als früher. Ich weiß, ich habe mich ein bisschen verändert. Aber glaub mir, eigentlich bin ich noch immer dasselbe. Ich glaube dir, ich weiß es nicht. Wir sollten jetzt gehen, sonst wird es zu spät. Ja, aber ich weiß nicht genau, wo die Tierhandlung ist. Aber wenn er nicht mehr der Nette ist, wer ist dann der Nette? Wir können durch den Park gehen. Es ist nicht so besonders weit. Okay, dann lass uns gehen. Let's go! Oh, ich weiß echt nicht, was ich von Natanja halten soll. Natanja und ich haben die Schule verlassen. Ich bin wirklich gespannt, wie die Tierhandlung aussieht. Ich bin wirklich froh, dass du mitkommst. Zu zweit machen solche Dinge mehr Spaß. Ja, das stimmt. Ob er sich wohl auch schon genügend über ein Haustier erkundigt hat? Ich habe gerade gedrückt. Ich traue mich nicht weiter zurück. Okay, doch. Na gut. Naff? Emma, was machst du denn hier? Oh nein, nicht die. Vielleicht ist er jetzt auch böser zu ihr. Ich habe auf dich gewartet. Ich wollte mit dir zusammen nach Hause gehen. Oh, das ist nicht gerade der richtige Moment. Ich wollte mit der Nassi in die Tierhandlung gehen. In die Tierhandlung? Ich möchte dir gerne eine Katze kaufen. Aber erst einmal wollte ich mich informieren und die Vor- und Nachteile abwägen. Aha. Oh, lass mich bitte mitkommen. Wir sehen uns jetzt gar nicht mehr. Ich möchte auch die kleinen Kätzchen sehen. Ähm, also ich weiß nicht so recht. Es sieht so anders aus. Das ist nicht mehr Nathaniel. Das ist nicht mehr Nathaniel. Nathaniel hat mich Frank angesehen. Er weiß nur zu gut, dass es immer Ärger gibt, wenn ich und seine Schwester zusammentreffen. Nannashi, macht es dir was aus, wenn Amber mit uns begleitet? Äh, äh, was denkst du denn? Was denkst du denn? Kommt nicht in Frage. Ich muss Nathaniel davon abbringen. Ich möchte nicht, dass sie mitkommt. Aber ich kann Nathaniel auch nicht die Sachen mit den Hausaufgaben petzen. Doch, irgendwie schon. Hm. Doch, irgendwie schon. Irgendwie können wir schon machen. Wir machen einfach A. Ich sehe B irgendwie nicht ein. Na, Nannashi? Ja, das macht mir etwas aus. Wegen ihr muss ich nachsitzen. Oh. Sagt die so direkt hier raus? Okay. Hör nicht auf sie, Nathaniel. Sie würde alles tun, um mich davon abzuhalten, ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen. What the fuck? Im Ernst? Ich finde es sieht schlimmer aus als vorher. Die haben... Wie viel haben die geändert? Es kommt alles so anders vor. Es sind nicht nur die Haare, oder? Okay, ich bin so verwirrt, was den angeht. Das ist schlimm. Emma, was hast du jetzt schon wieder getan? Ha, er glaubt uns. Sie hat meine Hausaufgaben gestohlen und sie zerrissen. Es tut mir leid, da habe ich Unternehmen bestimmt nichts mit ihr. Sie hat meine Hausaufgaben gestohlen und zerrissen. Wenn du möchtest, kann sie dich an meiner Stelle begleiten. Ne, das zweite klingt irgendwie scheiße. Das klingt so voll vorwesvoll, so von wegen... Ich bin hier was Besseres und du musst jetzt für die Richtige entscheiden. Ich nehme das erste. Verstehe. Hör mal, Emma. Wir sehen uns später und dann unterhalten wir uns über alles. Aber, Nav, du kannst mich doch nicht einfach so stehen lassen, um mit der da zu gehen. Ich bin deine Schwester. Kein sein, aber du hast dich heute mal wieder völlig daneben benommen. Du solltest endlich erwachsen werden. Nice. Aber die lügt. Etwas sagt mir, dass sie die Wahrheit sagt. Ich habe den Schrecken in ihren Augen gesehen, als sie ihre Hausaufgaben nicht gefunden hat. Wir sollten jetzt gehen, sonst schließt das Geschäft. Emma hat sich beleidigt, umgedreht und ist gegangen. Yes. Hat Haniel meinte, man müsse durch den Park gehen, um zur Tierhandlung gelangen. Jep, machen wir auch. Schön durch den Park. So, ne? Hand an Hand. Wir sind gleich da. Wow, war das Gespräch jetzt wirklich nötig? Warum ist es schwarz? Warum ist es schwarz? Ich mag das nicht, das ist gruselig. Hinter dem Park sind wir links abgebogen. Dann sind wir noch... Ich habe Angst vor schwarzen Bildschirmen. Dann sind wir noch mindestens eine Viertelstunde gelaufen, bevor wir an der Tierhandlung ankamen. Okay. Ich mag keine schwarzen Bildschirmen, ich mag das gruselig. Da wären wir. Ich muss einen Verkäufer finden, dem ich meine Fragen stellen kann. Wie wäre es, wenn wir uns zuerst die Kätzchen ansehen? Ja, wenn du möchtest. Wenn wir ein bisschen umherlaufen, finden wir sicher jemanden. Jetzt muss ich auch irgendwann mal auf Fotos, also auf Bilder herauslaufen, ne? Vielleicht, wenn wir uns zuerst die Kätzchen ansehen. Wie ist er dann so überwältigt, dass er sofort da mitnimmt? Und dann sehen wir uns in das Bild oder so. Könnte doch sein. Und wenn du möchtest, wenn wir ein bisschen umherlaufen, finden wir sicher jemanden. Aber das ist so helfend, so natürlich, so in der Tiny, wie er früher war. Ich weiß nicht, ich bin für das Vernünftige. Das ist bestimmt auch wieder voll falsch. Ich zweifle immer so viel mir selber. Puh. A, B, C, D, E, F, G. Das gibt es gar nicht zur Auswahl. Yeah. Ich hoffe, ich bekomme die Informationen, die ich brauche. Oh, die Leute hier kennen sich bestimmt aus. So, ich habe das war schlecht. Finde den Verkäufer. Ach. Cute. Ist ja... Oh Gott, die sind ja pink. Warum sind die Mäuse pink? Äh. Okay. Kassenaccessoires. Abteilung Hunde und Katzen. Ah. Cute. Das ist eine süße Tierhandlung. Ich finde keinen Verkäufer. Machen die es mir wieder so schwer? Ey, ich hasse was. Ey, ich hasse was vom A. Ach. Süß. Doch, man. Oh. Was muss ich machen? Einfach so umherlaufen? Das ist ja unnötig. Aha. Die war schon auf dem Titelbild, ne? Ist es doch eine die, oder? Ja. Oh mein Gott. Sieht man den BH dadurch, oder ist das nur ein Schatten? Das ist zu groß für einen Schatten. Im Ernst. Ein Schatten würde unter dem Wendepunkt anfangen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das fängt da oben an. Man sieht den BH dadurch, oder? What the fuck? Okay. Guter Tag. Kann ich euch irgendwie helfen? Kann ich euch irgendwie helfen? Ist es Absicht, oder ist das nur ein Tippfehler? Ähm. Nein. Die Läden von Green Pet sind sehr auf das Wohlergehen der Tiere bedacht. Wir arbeiten mit den Tieranalysen der Region zusammen. Viele der Tiere hier stammen von dort. Ihr tut also eine gute Tat. Oh, super. Guten Tag. Also, was sollte das denn? Okay. Ähm. Also, was? Hä? Nathalie hat eben so komisch Nein gesagt. Was war das? Ach, keine Ahnung. Guten Tag. Also, ich suche eine Katze. Aber zuerst würde ich mich gerne über Futter, Pflege und alles andere informieren, was sie so braucht. Also, dann mal der Reihe nach. Die beiden haben sich eine Weile lang unterhalten. Die Verkäuferin wirkte sehr bezeugend und nach dem Gespräch schien sich Nathalie etwas sicherer zu sein. Und du junge Dame, hast du keine Fragen? Ähm. Also, ich bin nur als Begleitung hier. Sehr gut. Wenn ihr möchtet, zeige ich euch jetzt die Kätzchen. Ja, warum nicht? Aber ich werde mich sicherlich noch nicht heute entscheiden. Ich muss erst noch ein bisschen nachdenken. Wie du möchtest. Aber ich bin sicher, sobald du unsere Katzenjungen gesehen hast, kannst du nicht mehr widerstehen. Ist die Stimme gerade ein bisschen überdrehen? Ich weiß nicht. Naja, egal, ne? Ich hoffe, wir sehen dann gleich zu den Kätzchen-Babys in dem nächsten Part. Und ich hoffe, es gibt ein Bild. Wenn ich es nicht schon lange verkackte. Aber egal. Wir sehen dann mal, ne? Bis dann.